Ja und damit willkommen zurück zu Bandus Gate 3. Ich habe eine kleine Auszeit gehabt von Bandus Gate, habe ein paar andere Sachen gespielt. Jetzt geht es mal wieder weiter und ich habe mich dazu entschlossen, dass wir mal diese Sache mit dem einen Drachen hier machen. Also, die Quest bezüglich dem Lead, was wir da haben und dass wir da in das Gefängnis unten nochmal reingehen, wo ja dieser Eingang sein sollte. Ich glaube, da sind wir eh aus Versehen. Einmal rein. Short Rest haben wir noch einmal. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wie kommen wir da zum Besten runter? Das ist unten? Okay, das ist unten. Das ist, glaube ich, was Gefängnis, oder? Ich muss nochmal schauen. Ja, hier. Okay, ist er am pennen? Hier hinten ist der Marker. Hm. Hier. Ah. Oder auch nicht. Eingang ist hier. Drachenfackel, Eisenfackel. Ist es vielleicht einer dieser Fackeln? Nee. Hm. Die ist aus. Ich meine, der sieht so aus, als müsste man hier vielleicht was kaputt machen. Es ist definitiv hier. Kann das alles an sein? Hier wirklich durchgehen geht ja auch nicht. Also, dass es unsichtbar wäre. Nee. Schauen wir uns das nochmal an. Bei der Direktur-Dirigenten deckten wir, dass der große Würmer an seinen geheimen Horten sind. Der sogenannte Würmerweg. Der Eingang befindet sich anscheinend irgendwo im Gefängnis. Und in einer Notiz wurden Funken und Fackeln erwähnt, um ihn zu öffnen. Funken und Fackeln. Aber die... Ich meine, die sind an. Haben wir die Notiz noch? Warte mal. Inventar. So. Hier ist die Nachricht vom Tribunal. Wo ist denn das? Ist die Nachricht? Lesen. Wo ist denn diese... Warte mal. Können wir hier sortieren. Typ. Nachricht. Nachricht. Liebe verbunden. Tagebuch der Ehefrau. Feldbericht. Das auch nicht. Unterstadtpass. Bergament. Oder hat das jemand anderes? Hast du das zufälligerweise? Die Legende von Anso. Ich glaube, das war's. Lesen. Der Scherhafen mal ein verheirter Gründer. Seine Wächtertache Anso von der Schätzten. Wer da rettet er tief und zur ewige Freude nach? Würmweg. In die tiefste Erde, dass er nicht gefunden werde. Ziehts Eingang zum Würmfeldgefängnis. Zuckt im Heldenherz hell auf der Mut. Entfacht in den Fackeln er hilfreiche Glut. Und Drachenaugen werden glitzern. Und Wach. Überfunken und Fackeln. Blitzfertigkeit einsetzen. Blitzfertigkeit. Kältestrahl. Eismesser. Donnerwoge. Let's. Ziel ist blockiert. Ziel ist blockiert. Irgendwie da hin. Okay. Ich hab sie getroffen. Das war jetzt natürlich sehr schlau. Oder irgendwie... Oh. Wow. Das ist ohne Hilfe. Alles klar. Mauseloch von den Zellen des Würmfels. Also es hätte noch einen anderen Weg hier gegeben. Okay. Holz drühen. Ja. Färbemittler. Zu blau. Ja. Ich nehm sie mal mit. Ich will jetzt zwar nichts einfärben. Aber... Weiß nie. Was haben wir hier? Ganz viel. Gar nichts. Okay. Immerhin... Magische Eisenfackel. Oh. Okay. Warum sagt mir mein Bauchgefühl... Dass ich einen auf den Deckel kriegen werde? Es ist Balduran, der Celebrated Adventurer... ...who founded the city of Baldur's Gate. Peril floods my province. The Palisades fall. The earth does tremble. The servants of Shadow and Blood assemble. Beyond lies the Grand Worm, deep in slumber. Awaiting a true hero's advent. Should my domain drown in torment. Be you the deluge, turn away. Be you the hero. Answer true. Are you worthy? Poetic nonsense. There is no worm and no savior. Mmh... Mmh... Ancient answer. Hear me. A champion is proclaimed. Ach, man. The test begins. Let your judgment follow. Ein Test. War ja klar. Okay. Incredible. How old is this place? Ja, ich... Ich würde mal sagen, sehr alt. Ach ja, ich... Verhüllt? Moment. Wir tun uns hier mal ein bisschen verstecken. Ist natürlich... Okay. Ähm... Eisernes Doppeltier verschlossen. Die ist offen. Better not be cursed. Ja, das würde ich auch... Toll finden. Was ist... Da ist jemand. Der Richter. Ähm... Vielleicht mal speichern. Just in case. Startes Balduran. Sieht jetzt nicht ganz so gefährlich aus. Kameratapferkeit. Hmm. Okay. 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 Yeah. Toll. Luftelementar. Wasserelementar. Luftelementar. Was kann ich gegen euch anrichten? Die Dekinese. Hm. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Oh. Bringt was. Ist es irgendwas? Nee, kann ich höchstens nochmal... Ah, ist körperlos. Geht nicht. Okay. Äh... Lenkendes Geschoss. Scheiße. Das heißt, ich darf mit der Fackel... Die darf einfach nicht ausgehen, I guess. Ja. Wollen wir auf dich. Was haben wir denn sonst noch so schönes? Okay, sehr geil. Beziehungsweise, wie weit kann ich noch gehen? Ähm... Komm, wir machen Taten dran. Äh, Fernkampf. Provozierend. Nice. Mmh... Mmh... Yes. Äh... Heil 138. Ja, komm. Machen wir mal. Gut. Nice. Okay, was machen wir jetzt schönes? Feuerball. Ja, irgendwie so, dass ich beide treffe. Okay. Kannst du... Kannst du das nicht irgendwie... Oh... Ist es so schwer... Den Feuer... Mmh... Was können wir sonst noch machen? Lamm der Sphäre... Oh, das soll natürlich auch Blitz machen. Zwei. Okay. Gern mich hier mal ein bisschen weg. Okay, Zug beenden. Fuck. So, Carla. Ähm... Was ist los? Geht schon. Ja, das war's mit der Action. Mmh, 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 mmh. Geil. Äh, dann einmal den hier. Gut, dann stellen wir uns zumindest daneben. Ja. Hat nicht viel gebracht. Autsch. Äh, so. Na, komm. Volle kann ich rauf. Nice. Mmh... Das wird vermutlich nicht sehr viel bringen. Oh, nochmal provozierend. Nice. Abgestumpft. Okay. Subtent. Nice. Können wir uns irgendwie heilen? Nie, ne? Ja, das ist super für Prüfungen. Oh, scheiße. Da kommt ja noch mehr. Oh, das ist ja super. Na, toll. Scheiße. Überstehend, müssen zwei Züge verbleibend. Ach, du Scheiße. Kann ich da überhaupt zerfleischen? Bringt das überhaupt was? Ja. Immun. Ich dachte zwar schon. Okay, wir bleiben da stehen. Immun. Gib mir ein Schlag. Was kann man denn hier so... Äh, nachkampf. Dein Kampf. Ja, du bist natürlich immun. Immun. Wir bleiben erstmal da. Ja. 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 Soll ich mir helfen? Ja. Jo, hat gut funktioniert. Was kann ich denn hier so machen? Die Zauberschatz-Auto. Fresh ist besser in Gestalt. Gut. Nee. Nee. Ob wir... Hohes Risiko. 2-16 Helm. Nee. Na, verschwinden die Bus geht halt auch nicht. Monster will ich noch nicht machen. Okay, er ist schon mal bezaubert. Das hilft. Das nächste Mal. Nehm ich die Fackel mit jemandem an. Ja, geil. Die Fackel wurde gewischt. Ihr seid kein Leichter für die Demütigung. Ja. Geil. Aber es ist denn jetzt komplett fertig. Ach, wisst ihr was? Beginnen wir mal. Ernst jetzt. Okay, das dürfte die Dache dafür gewesen sein, dass ich jetzt hier verloren habe. Ich würde sagen, ich lade es nochmal und probiere den Kampf nochmal. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe den Kampf nochmal probiert. Diesmal hat Carla die Fackel gehalten und ja, haben die Runde überstanden. So einigermaßen. Ihr seht, es ist schon ganz schön nach unten gegangen. So, sind die Dudes jetzt? Ja, die sind jetzt weg. Ich werde jetzt nochmal viel schnell speichern. Sehr gut. Und ich glaube, ich mache mal eine Long Rest. Gott sei Dank geht das jetzt hier. Tag beenden. Ah, aber warte mal. Was mir gerade einfällt. Wo ist sie denn? Wo ist denn das Kido? Kido, Kido, Kido. Einmal noch das mit den Eltern. Da wollte ich mit ihr nochmal reden. An der Stelle. Die war doch immer beim Grufti. Wo ist der Grufti? Die ist immer nett. Äh. Das gibt es doch nicht. Ah. So, ich muss nochmal ins Logbuch reingucken. Unsere, die Ganky Kriegerin in der Bleiche Elf, die finden Arabellas Eltern. Arabella war am Boot zerstört. Wo ist Arabella? Arabella? Unten vielleicht? Stadion. Äh. Du bist jetzt auch permanent da. Okay. Wo ist Arabella? Das ist Jena. Ah. Nicht da, wenn ich das jetzt richtig sehe. Jetzt schauen wir mal auf die Karte nochmal. Bill mit Soda. Schattenherz. Marcel, die Kiste. Hm. Okay. Ja dann. Tag beenden. Let's see. Das Außen sollte man ja genügend haben. Mhm. Ja, jetzt. Ab Ende zu Bett gehen. Alle auswählen. Wir haben 40, 40, 40. Also ein paar Mal können wir hier nochmal machen. Lange Rast. Los geht's. Eine normale Nacht diesmal. Eine normale Nacht diesmal. Wahnsinn. Es gab eine normale Nacht. Okay. Weiter geht's. Und gerade nochmal speichern. Juuuuchter Ausgang. Das ist zu... Komm, wir gehen jetzt doch mal rein. Dazu des Waldor. Okay. A true champion knows justice and eliminates those who stand in its way. Restore the balance of justice. Okay. Richter. Bilder. Der Apfel. Da. Also jetzt sind überall diese Bilder. Okay. Schauen wir uns die mal an. Die Apfel. Die Pfeilung betrifft einen roh-haireden Mann, die eine schweinige Apfel aus einer Karte in einem open-air-Market. Du kennst diesen Markt. Der Wight. Wo die Bouldersgate-Zitizenden und Besucher sammeln, um den Verhandlungen und politisch politisch zu machen. Okay. So weit, so unspannend. Das Kind. Ein roh-haireder Mann ist porträtet, mit seinem Kloak-Hood geöffnet, gebt eine Apfel zu einer schweinenden Urchin. So viele andere Kinder sind hinter dem, der die Apfel bekommen hat. Hande ausstretched. Also wir haben so eine Art, so wie ein Hut. Okay. Steht hier oben. Okay, das konnte ich nicht anklicken. Die Induktion. Ein roh-haired Mann ist betrifft in hushed conversation mit einer dark-haired Frau. Sie trägt ein Kloak mit einem ungewöhnlichen Symbol auf dem. Tally-Marks, totaling die Nummer 9. Okay. In Moment, nichts damit anfangen. Okay. Okay. Okay, und das Bild hier. Moment, warum ist der Apfel da? Den hat er doch dem Kind gegeben. Also so ganz peinlich ist es nicht. Also es war ja schon... Geh mal her, mal das Bild angucken. Ja, er hat den Apfel gestohlen vermutlich. Da für die Kinder, hat es den Kindern dann gegeben. Robin Hood Style halt. Das Gespräch mit ihr, mit der Neuen, ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Und dann hat er das mit den Genies halt klaut. Vermutlich, um den Kindern irgendwie zu helfen. Oh, da für den Tod. Und was ist der Richter? Das wartende Urteil. Erhülltes Urteil. Erhülltes Porträt. Probier mal was. Hattest du nicht irgendwas zum Wegmachen? Ähm... Buchbrechen. I guess. Okay. Mehr Bilder. Die Hinrichtung. Die Hanging. A red-haired man is depicted hanging from a gallows as a crowd looks on. You notice a child in the crowd. A falling tear leaving a trail on his cheek. Hm. A red-haired man walks the streets of Baldur's Gate, clad in a billowing cloak. You catch a glimpse of a sly smile beneath his hood. And a golden coin in his hand. Eh? What about cancel? The cell. A stern prison guard slides a warm meal into the thief's cell. The red-haired man has a 10-day left to serve, judging by the scratchings on the wall behind him. Okay. Immer noch kein Plan. Ähm... Das wartende Urteil. Irgendwann einsetzen. Soll ich denn da... Hä? Ähm... Was soll ich denn da reinsetzen? Hier war ja nix zum... ...leckten... ...ähm... Vilidianischer Kristall. Vilidianischer Kristall. Ist das vielleicht? Nee. Das heißt, das Vilidianischen Kristall. Okay. Ja, ähm... Haben wir einen Apfel? Einfach mal zum Ausprobieren. Alchemie, Alchemie, Alchemie... Flick... Flick, äh... Flick, äh... Flick, das sag ich, neun... Nee, das sieht nicht mehr noch aus. Hand, Paschel. Khoras Hand... Äh, ja, okay. Das tragen wir also mit. Nee, da sind die Dinger drin. Da ist auch nix drin. Wie heißt es auch... Vorräte. Nee. Auch nix spannendes. Nee. Auch nix spannendes. Gegenstand absetzen. Ähm... Da, von euch krieg ich jetzt auch nix. Ja, ja. Kann ich da noch... Ich kann das... ...aufheben. Moment mal. Das sieht leicht... ...aus wie... ...das da. Ich hab jetzt nicht, dass es ist. Aber mal ausprobieren. Öh... Ach, das ist so dumm. Was? 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 Warum, was? Hä? Warum ist das richtig? Ich hätte eigentlich gesagt... ...drauf... ...ääh... ...ja, ich dachte eigentlich, es wird jetzt gar nix. Oder dass es auch die Kalistern hier reinlegen. Ach, Moment. Ich sollte dann quasi ein Urteil für das aussuchen, was er da gemacht hat. Freiheit, also gar nicht vorurteilen. Der Tod. Oder die Zelle. Okay, das war Glück. Okay. Das... Ja, das war mehr Glück als Verstand. Äh... ...nochmal speichern. Ist das offen? Ja, das ist offen. Also, es gibt doch nochmal was Drittes, oder? Verschlossen. Äh... ...die leuchten. Ist da nur noch irgendwas? Da ist denn noch... ...ah, da geht's drüber. Okay. Ähm... ...bücherhaufen. Was willst du jetzt? Oh, okay. Da fliegt ein Buch rum. Wie? Hör ich das? Ähm... ...bist du lüten? Warte mal. Oh, mal rundenbasierend. Das gibt's doch nicht. Oh. Wow. Habe ich jetzt mal einen übersehen? Sie? Ach, Mann. Ist was, wir tun jetzt mal verteilen, am besten. Wir gehen mal hier runter. Ach, da hinten ist noch ein Buch. So, kannst du's jetzt nehmen? Ach, Mann. Oh, nett. Also, kann ich... ...wenn ich es einmal probiert hab, geht's dann nicht mehr? Sehe ich das jetzt richtig? Hm. Okay. Aber da sind noch mehr. Äh, so, rundenbasierter Modus. Machen wir das da. Kann ich's angreifen? Ja, toll. Was hab ich's kaputt gemacht? Okay. Da ist noch eins. Hm. Komm her. Nee. Was ist das? Oh, das... Wie dumm. Da, dem. Ich auch nicht. Baldoran gründet eine Stadt. Genn wir das mal angucken. Dieser Text basiert auf dem Leben des Baldoran. Eine hochangesehnte Siemens, der von vielen Jahren der Stadt Baldoran gegründet hat. Die Sprache ist lebendig, wenn auch ein wenig zu... ...retensiös. Der Roman, wer nicht weiter bemerken sollte, gäbe es dann nicht etwa in der Mitte dieses einen kleinen Eintrag. Baldoran besaß einen Wächter und Freund, Ansur. Strahlen waren Ansurschuppen, strahlend noch sein Atem. Doch nach einem Verrat, der zu sehr schmerzt, um ihr wützige Einzelheiten mitzugeben, war Ansur unter den Stein und verändert dadurch den Namen der Region, unter der er nun schlummert und welcher heute noch seiner Drachenherkunft benannt ist. Gut, also das mit dem Einfangen wird irgendwie nix. Ich habe jetzt hier wenigstens gut. Naja, sie... Oh, ja gut, sie schaut, das ist ja eigentlich schon was Geiles. Ich muss ja noch hören können. Das ist so... Hallo? Uh, komm, hier mal. Nee. Ah, das wird nix. Hm. Soll ich mal kurz... Kann ich vielleicht irgendwie... Personen festhalten oder so? Lage zerbersten. Kältestrahl, Klingenbahn, Flamme der Sphäre. Säure-Schwitzer. Nee, ich will nur festhalten. Das geht auch nicht. Ich habe auch noch das auf Unterwiff und Tote. Hm. Was ist... Kannst du vielleicht irgendwie festhalten? Blindheit, Diversionstür, Flammenschlag. Das ist ein Beherrschen, Todeschutz. Habt ihr besprochen, sich in der List? Hm, nee. 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 Du hast glaube ich auch nichts zum Festhalten, oder? Ich will ja nicht betun. Zauber vielleicht? Kunstisch-Packett, wo wir brechen? Nee. Tut denke ich mir auch nicht. Schwarze Totakel, Kältestrahl. Nee. Alles... Entschuldigung. Alles ist nil. Soll ich jetzt noch mal nachsehen, oder soll ich nicht nachsehen? Leute, ich gucke mal ganz kurz nach. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Also eigentlich sollte es gehen, dass man es mit mehreren Charakternamen probiert. Ich weiß nicht, warum es bei mir hier nicht geht. Ja. Aber ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Fürs Erste zumindest. Und zwar müssen wir hier die richtige Statue angreifen. Und das ist so älter. Also in den Büchern steht dann quasi drin, wer der Schuldige ist von dieser Geschichte in den Büchern. Warum auch immer ich die nicht bekomme. Ich weiß, dass das jetzt dezent cheaten. Aber ich hab's versucht mit den Büchern. Gut. Okay. Machen wir das. Also. Weiter im Programm. Oder geht's hier noch irgendwo weiter? Nee, ne? Ach, da wär auch noch was gewesen. Gut. Raus hier. Ja, wenigstens ist nicht alles hier im Kampf. Kommen wir jetzt hier rein? Ach nee, Moment. Moment. Ein Schachbrett. Okay. Ja, mach mal kaputt hier. Okay. Ah, weil ich ja so super in Schach bin. Also, Sahan. Was lauft hier? Proof your strategic wins. There is but one rule. The dark king must fall in two moves. Are you a commander of armies? Or a shivering pawn? Fodder for cleverer minds. Der dunkle König. Schwarzer Bauern. Schwarzer König. Schwarzer Bauern. Schwarze König. Gehen. Äh. Zwei Tüten. Ich hab das so... Hm. Was ist... Was ist... Was ist... Wenn... Oh, nochmal. Äh... Eismesser, Kältestrahl... Blitz. Guck mal, ausprobieren. Lol, echt jetzt? Oh. Okay. Aber ist das jetzt auch gerecht gewesen, dass ich das so gemacht hab? Jetzt mal angenommen... Hätte ich das auch anders machen können? Spieler... Hm. Einfach jetzt bin ich zu doof in den Schach. Na gut, wenn es funktioniert hat. Speichern. Ist uns da irgendwie... Ja, den Kastall nehm ich mal mit. Gut. Also das mit den Büchern war... Mäh. Also das war herausfordernd. Das war einfach nur doof halt. Krieg gewonnen hat. Oh, da geht's überhaupt in eine andere Instanz. Das war kreativ. Okay. Liebe Leute, nachdem wir wieder an der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause. Und wir sehen uns an der nächsten Episode wieder. Und dann mal schauen, ob wir da unten unseren Drachen dann finden werden, der uns dann eventuell bei der Schlacht hilft. Hoffe ich mal, weil ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen Hilfe brauchen, wenn wir dann diesem gigantischen XXL hier und da gegenüberstehen. Ja, wird's eh noch spannend, wenn wir da das dritte Ding noch kriegen. Hm. Wird's spannend. Wenn's euch gefallen hat, lass auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Hier bald los geht's. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.